Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und ich hab wieder was für euch und zwar ein Technik-Video. Wir haben ja im letzten Video oder in einem der letzten Videos ja schon die High-Bar-Kniebeuge durchgesprochen, wo die Stange eben hoch liegt, auf dem Nacken. In diesem Video möchte ich mit euch die Low-Bar-Kniebeuge angehen. Und wie der Name schon sagt, Low-Bar, die Stange liegt irgendwie niedriger. Wo liegt die denn? Auf der Hüfte, auf den Knien, auf den Füßen? Nein, natürlich nicht, sondern auf der hinteren Schulter, wie man hier sehen kann. Das heißt, bei der Low-Bar-Kniebeuge, die hat ihren Namen daher, dass man die Stange eben nicht auf dem Nacken ablegt, sondern auf der hinteren Schulter. Was das allerdings für die Startposition oder Ausgangsposition bedeutet, das kann man natürlich hier sehen. Dadurch, dass die Stange weiter auf der hinteren Schulter liegt, muss man natürlich die Ellenbogen auch weiter nach hinten machen. Wenn ihr jetzt hier versuchen würdet, die Ellenbogen auch unter der Stange zu halten, würde euch die Stange glatt von der hinteren Schulter runterfallen. Gegebenenfalls noch hier auf den unteren Rücken knallen oder so, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ihr seid nach vorne gebeugt, auch wenn ihr aufrecht stehen würdet, die Stange würde direkt runterfallen. Das heißt, bei Low-Bar seid ihr automatisch schon weiter nach vorne gebeugt. Und ich hatte ja schon in dem High-Bar-Video angedeutet, dass wenn ihr weiter nach vorne oder dass bei der Low-Bar-Kniebeuge eine andere Muskulatur beansprucht wird, als wie bei der High-Bar-Kniebeuge. Bei der High-Bar-Kniebeuge, ich erinnere, sehr aufrecht, wie hier zu sehen. Das heißt, Quadrizeps und bei der Low-Bar-Kniebeuge sehr nach vorne gebeugt. Da werdet ihr mehr mit der Hüfte arbeiten, da werdet ihr auch nicht so tief gehen. Das gucken wir uns nämlich jetzt mal an. Wie sieht das denn beim Stand aus? Ich muss darauf achten, dass ich im Bild bleibe. Wie sieht das denn beim Stand aus? Bei der Low-Bar-Kniebeuge steht ihr traditionell viel weiter als bei der High-Bar-Kniebeuge. Grund hierfür ist, dass ihr natürlich, wenn ihr sehr weit nach vorne gebeugt seid, ja, und wenn ihr dann eng stehen würdet, dann würde Folgendes passieren. Euer Rücken würde wahrscheinlich total einrunden, weil das rein anatomisch gar nicht geht. Wenn ihr eng steht, dann sind eure Oberschenkel quasi im Weg, sodass eure Hüfte nicht kippen kann, um eben diesen schlechten Rückenwinkel auszugleichen. Das seht ihr eben dann an der Rundung. Die Oberschenkel, wenn ihr eng steht, blockieren die Hüfte und somit, da ihr trotzdem weit nach vorne gelehnt seid müsst bei Low-Bar, weil sonst die Stange runterfällt, müsst ihr eben das Ganze mit dem unteren Rücken ausgleichen und dann hättet ihr einen Rundrücken. Deswegen steht man bei der Low-Bar-Kniebeuge sehr breit, damit eben die Hüfte genug Platz hat, diesen Rückenwinkel auszugleichen und auch am unteren Rücken gerade zu bleiben. Deswegen der Stand bei Low-Bar-Kniebeuge bereit. So, jetzt habt ihr wieder alles für den Stand und jetzt können wir auch theoretisch schon direkt loslegen, in die Kniebeuge zu gehen. Wichtig auch hier, vor allem wichtig hier, ist natürlich auch die Atemtechnik. Ihr seid hier weit nach vorne gebeugt, das heißt die Belastung ist hier natürlich größer für den Rücken und für den Rumpf. Das heißt, hier ist die Atemtechnik nochmal wichtiger als bei der High-Bar-Kniebeuge und deswegen, auch hier gilt, in den Bauch einatmen, wie das Ganze aussieht, seht ihr wieder hier. Das heißt, reinarbeiten und die gesamte Muskulatur, als würdet ihr, schlechtes Beispiel ist, aber tatsächlich, als würdet ihr auf Toilette sein. Ungefähr, ihr wollt wirklich einen Druck aufbauen, der wirklich zack reinpressen, quasi wirklich pressen, wirklich fest. Und wenn ihr das getan habt, könnt ihr auch jetzt hier in die Kniebeuge starten und anders als bei der High-Bar-Kniebeuge, wo ich gesagt habe, Knie nach vorne außen, ihr fangt mit den Knien an, ist es bei der Low-Bar-Kniebeuge für gewöhnlich so, dass man sich nur nach hinten setzt. Ihr müsst euch natürlich vorstellen, ihr steht viel breiter. Und wenn ihr jetzt nur mit der Hüfte nach hinten geht, euch leicht reinsetzt, habt ihr natürlich einen ganz kurzen Weg. An sich ist es egal, ihr könnt, also ich persönlich mache es auch so, dass ich mit den Knien anfange, aber nur ein Stück. Knie nach vorne außen und den Rest reinsetzen. Bis knapp unter Parallel. Viel tiefer könnt ihr auch nicht. Also das könnt ihr euch aussuchen. Weder startet ihr die Bewegung, indem ihr euch nach hinten reinsetzt, oder mit den Knien leicht nach vorne geht und dann euch hinten reinsetzt. Das ist halt je nachdem, wie es für euch angenehmer ist. Ich würde es mit den Knien nach vorne machen. Es gibt andere, die setzen sich einfach nur nach hinten. Nichtsdestotrotz bleibt der Rücken trotzdem gerade. Ich will kein Hohlkreuz nach hinten gesetzt sehen oder ein Rundrücken nach hinten gesetzt. Der bleibt neutral gerade in dieser Atemtechnik angespannt. So, jetzt zur Tiefe. Bei der Low-Bar, da ihr natürlich sehr breit steht, könnt ihr natürlich auch nicht sehr tief gehen. Da ab einem gewissen Winkel von Breite und Tiefe geht das rein anatomisch nicht mehr, dass ihr quasi in einem Spagat euch reinsetzt. Das geht nicht. Da blockiert irgendwann die Hüfte. Da kommt es einfach dazu, dass wirklich Bänder und Knochen und Gelenke nicht mehr weitergehen. Und deswegen einfach nur bis zu dem Punkt, kurz unter Parallel. Ja, ihr werdet das am Marken merken. Irgendwann blockiert eure Hüfte. Es geht nicht mehr. Wenn ihr breit steht, tief in der Hocke, es geht nicht. Werdet ihr merken. Und das ist auch meistens der Punkt, wo ihr dann knapp unter Parallel seid. Und dann könnt ihr quasi wieder gegenarbeiten. Und bei der Low-Bar-Kniebeuge ist es eben so, da ihr nicht so tief seid, müsst ihr nur das Stück mit der Hüfte und mit dem Rücken gegenarbeiten. Natürlich der Rücken statisch und die Hüfte natürlich aktiv, indem ihr sie nach vorne drückt und den Rücken nach hinten hebelt. Und dann kommt ihr quasi aus dieser Position, zack, wieder hoch. Also der Rücken, der bewegt sich nur ganz minimal. Und das meiste kommt halt durch den Arsch und durch die Hüfte. Seht ihr ja hier. Also wenig Quadrizeps, viel Hüfte, viel Popo. Das heißt, wenn ihr natürlich Low-Bar-Kniebeugen macht, habt ihr natürlich auch eine andere Muskulatur, die beansprucht wird. Und dementsprechend natürlich bekommt ihr einen Pferdearsch. Das ist genau wie beim Sumo-Kreuzheben, ist eine andere Muskulatur, als die beim Kreuzheben. So. Zu den Schuhen. Ich habe ja bei halber Kniebeuge, bin ich ja zu denen auf die Schuhe eingegangen, habe gesagt, ja, da ist es gut, wenn man hinten eine erhöhte Hacke hat. Da ihr natürlich bei der Low-Bar-Kniebeuge nicht in diesen tiefen Winkel rein müsst, wo eure Knie weit über eure Fußspitzen sind. Und da hier die Enkel-Mobility, das heißt die Fußgelenksmobilität, nicht so gefragt ist. Könnt ihr euch hier eure Weightlifting-Schuhe sparen. Hier wird wahrscheinlich jeder normale Mensch es hinkriegen, die richtige Tiefe zu treffen. Und aus dem Grund sind diese Schuhe hier nicht vonnöten. Man kann es natürlich in den Schuhen machen, das ist ganz klar, aber es ist nicht unbedingt notwendig. So. Wenn man sich das Ganze von vorne anguckt, gilt natürlich auch hier bei der Low-Bar-Kniebeuge, die Knie gehen nach außen. Zwar habe ich gesagt, ihr müsst nicht unbedingt mit den Knien nach vorne starten, aber was definitiv der Fall sein muss, ist, dass die Belastung nach außen weggeleitet wird. Ihr dürft niemals nach innen kollabieren. Das heißt, das hier ist zu vermeiden, wenn die Knie nach unten gehen, wenn die Fußgewölbe nach innen knicken, also wenn eure Füße nach innen knicken, wenn die Knie nach innen gehen, wenn ihr nach innen steht, immer alles nach außen weg. Dann kann weniger passieren, als wenn alles nach innen kollabiert. Wenn ihr zum Beispiel mit 200 Kilo da steht und dann gehen eure Knie nach innen, ist nicht so schön. Das ist unschön, tut beim Dran-Denken schon weh und deswegen darauf achten, Belastung wird nach außen geleitet. So. Und ich denke, jetzt habt ihr auch wieder alles, um vernünftig Low-Bar-Kniebeuge zu machen. Ich fasse noch einmal zusammen. Also, wir achten darauf, dass die Stange auf der hinteren Schulter abgelehnt wird, wir vorgebeugner sind als bei der High-Bar-Kniebeuge, wir einen breiten Stand haben, die Kraft wird nach außen gelenkt, das heißt, wir stehen nicht auf den Innenseiten unserer Füße, sondern wir drücken unsere Knie aktiv nach außen, dann atmen wir tief ein, intraabdominaler Druck, dann gehen wir runter, wir setzen uns oder lassen uns leicht nach vorne fallen und setzen uns dann, die Knie gehen nicht weit nach vorne, aber sie gehen definitiv nach außen, wir drücken nach außen weg, quasi Kniebeugen wir zur Seite und nach oben und nicht nach vorne, sondern zur Seite und nach oben, das ist ganz wichtig. Kurz unter Parallel, also hier versuchen wir nicht reinzudroppen und den Stretch-Reflex mitnehmen, das geht in dieser Low-Bar-Position nicht, hier geht es wirklich nur um Hüftkraft und da wieder hochzukommen, das heißt, kurz unter Parallel, dann wieder rausarbeiten und die Stange reintun. Darauf zu achten ist, dass die Knie nicht nach innen kollabieren, dass ihr kein Hohlkreuz macht, sondern der Rücken bleibt gerade und dass ihr natürlich auch nicht zu eng steht, weil dann habt ihr ja gesehen, was passiert, dann rundet der Rücken ein und versucht es auszugleichen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mit auf den Weg geben und es war nicht zu anstrengend, mir zuzuhören. Bis zum nächsten Video, macht's gut, Peace.